Ja, so ist es schön. Ja, ich hab vorhin, äh, das muss man ja hier sehen, ne? Ach so, halt mal, die Kamera ist ja hier. Hier ist sie ja. Äh, wo ist es denn? Halt. Da. Ah, so ist es schön. So liebe ich dich. So liebe ich dich. Komm mal, ja. Ja, 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 ja. Ja, so ist das Leben. Völlig daneben. Aber das macht nichts. Meine Zeit kommt erst noch. So ist es schön. Okay. Bis bald, ihr Süßen da draußen. Oh, oh, jetzt hab ich keiner hier, äh, schon wieder randaliert. Ja, was mich, äh, zum Beispiel auch wieder angekotzt hat, hier, äh, jetzt muss ich euch mal zeigen, ja. Äh, ja. Und das ist nicht meine Tastatur, das ist die von Jochen, ja. Und, äh, wer ist schuld? Na, icke, ja. Wer denn sonst, ja. Ich weiß zwar, dass das, äh, Jenny gewesen ist, aber das spielt ja keine Geige, ja. Ich hab halt nicht aufgepasst, ja. Es ist auch wieder eine heiße Lampe gekommen. Aber Gott sei Dank, diesmal hab ich's gemerkt. Hier auch noch hab ich wieder mischt. Also komisch ist das schon, ja, dass die heute Plastik herstellen, wenn das anschmuckt, ja, riecht das nicht. Das ist echt kriminell, finde ich. Normalerweise müsst ihr doch stinken bis zum Himmel. Tut es aber nicht. Oh, ich bin zu laut. Scheiße. Nimm dir eine geschissen Tapette. Hab ich doch. Ja, scheint nicht. Doch, hab ich. Ich kundirisch einen YouTube. Dann schreibe ich die hier nicht so rum. Ach, Mann, Jochen, ey. Man kann, man kann, man kann, man kann da seine Scheiße machen, ist egal, aber du musst die nicht rumnehmen. Ich verstehe dich, ja, ich heu ja heute ab. Ich komme morgen wieder, ja. Ja, damit auch mal ein bisschen Ruhe hat, Mann. Der ist natürlich völlig genervt, das ist doch klar, ja. Mensch, alle, ja, eine Wende haben die hier schon gekratzt und, 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 und. Der kann das Büro gleich neu renovieren, wenn ich hier raus bin. Ist doch scheiße so weit, ja. Ich kann das da eh nicht bezahlen, ja. Naja, gut. Sie hat aber jetzt nicht rumgemeckert mit mir, das fand ich gut. Also hat nur gesagt, ich bin zu laut. Und nicht, weil ich seine Sachen kaputt mache. Da geht es mir gleich wieder besser. Vielleicht soll ich meine Tablette nehmen. Aber ich habe gesagt, habe ich schon. Die nehme ich auch mit nach Berlin. Also jedenfalls eine, weil ich fahre ja morgen wieder hierher. Die bleibt ja nur einen Tag in Berlin. Morgen komme ich ja schon wieder zurück. Ja, okay, bis dann. Dadi, da, da, so wunderbar. Ja, Mann, das ist wirklich furchtbar. Ja, ähm, erst bei Alexandra da, den Computer zerhackt. Ja, äh, weil ich da auch wieder nicht aufgepasst habe. Ja, der muss, ja, wer hat es gerüchtet? Ihr Freund. Der hat ihn dann wieder ernst gemacht. Ja, ja, so weit ist echt scheiße. Ich weiß, ich bin manchmal ein Arschloch, ja, weil ich nicht aufpassen. Okay, ciao.